Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was ist denn das? Sieht so aus wie eine Schatzkiste. Sollen wir mal reingucken? Da sind ja Ringe. Guck mal, dass da noch etwas in der Kiste ist. Wer einen Ring aufsteckt, verwandelt sich in eine Hexe und reist in die Vergangenheit, in der es noch Piraten gab. Wenn man wieder zurück will, muss man den Ring am Finger drehen und dabei ausrufen. Lieber Ring, sei auf der Hut. Bring mich nach Hause, das wäre gut. Sollen wir die Ringe aufstecken? Aber dann werden wir hexen und kommen in das Piratenland. Das Piratenland ist doch spannend. Wo sind wir hier? Bestimmt sind wir in dem Piratenland. War da was gerade? Ich habe da auch irgendwas gehört. Arrrr! 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 Habt ihr Goldtaler und Schmuck dabei? Was ist das da? Herr damit! Sonst könnt ihr was erleben. Wir sind nur Kinder, wir haben uns nur verehrt. Ihr dürft uns nichts tun. Ihr seid keine Kinder, ihr seid böse Hexen. Wir sind überhaupt nicht böse. Wir können euch nicht die Ringe geben. Sonst kommen wir nie mehr zu Hause. Ist uns doch egal. Ja, mit dem Ring. Hast du noch die Bonbons? Friedensangebot. Wir kriegen die Ringe und ihr kriegt die Bonbons. Die schmecken gar nicht. Ihr müsst erst das Papier abmachen. Oh, die Bonbons sind lecker. Ihr dürft jetzt gehen. Oh, Glück, Glück gehabt. Komm, wir drehen die Ringe. Dann kommen wir endlich nach Hause. Lieber Ring sei auf der Hut. Bring uns zu Hause, das werde gut. Super, wir sind wieder in der Schule, Schwester. Lass uns die Ringe wieder abmachen. Hast du noch Bonbons? Ja, noch zwei Stück. Wollen wir die essen? Klar, was sagtest du denn? Tja, weißt du? Takk, wir brauchen die Ringe.